Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Ja, dümmer geht immer, was ein deutscher TV-Star in der Deutschen Bahn erlebt hat. Mario Barth, immer witzig, immer lustig, immer komisch, findet er jedenfalls. Nun gut, manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht, wir kennen das ja. Er ist aus einem Zug der Deutschen Bahn geflogen, weil er keine Maske getragen hat. Die Polizei wurde gerufen, nachdem er aufgefordert wurde, dieses Ding doch aufzusetzen. Dann musste er doch aussteigen. Was war geschehen? Er sagt, er hat getrunken, nur einen Schluck. Und das hat der Schaffner gesehen, der Kontrolleur. Und daraufhin kam es zum Streit. Und Barth musste raus. Er will jetzt gerichtlich dagegen vorgehen. Denn beim Essen und Trinken muss man keine Maske tragen, so argumentiert er. Was er aber noch getan hat, das war wohl der eigentliche Grund. Er hat vorher einen Livestream aus der Bahn gesendet, natürlich beim Sprechen ohne Maske. Und das wird der Schaffner irgendwie vielleicht gesehen haben. Also, Herr Barth, dümmer geht immer. Wenn Sie dagegen jetzt rechtlich vorgehen wollen, wird das wohl recht wenig Aussicht auf Erfolg haben. Ja, die Regeln gelten auch für vehemente Verfechter der Corona-Maßnahmen, zu denen Sie sicher gehören. Denn Sie dürfen ja noch im Fernsehen auftreten und haben kein Auftritts- und Berufsverbot. In diesem Sinne, jeder bekommt vielleicht das, was er verdient. Leute, bleibt ruhig, bleibt wachsam, bleibt aufmerksam. Lasst euch kein X für ein Ufo machen. Genießt den schönen Nachmittag. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.